In diesem Video schauen wir uns die Siemens IQ 300 an, ausgeschrieben heißt die SN436-S01 GE. Vorher habe ich eine Miele Maschine gehabt, die war 19 Jahre lang im Dienst, nicht bei mir, ich habe die von meinem Vormieter übernommen, deshalb hört ihr mich immer wieder mal in Vergleich ziehen zwischen der Miele und der Siemens. Das ist natürlich bei einer 19 Jahre alten Maschinen zu einer aktuellen Siemens Maschine kein wirklich fairer Vergleich, aber ein paar Unterschiede habe ich festgestellt und die bringe ich dann hin und wieder vielleicht einmal an. Die IQ 300 ist eine Maschine mit geringeren Ausstellungsmerkmalen, die hat mich jetzt bis sie in der Wohnung war, also Altgeräteabholung auch dabei, 460 Euro gekostet. Der reine Maschinenpreis ist noch mal deutlich darunter, der wagt bei ungefähr 390 Euro bei Alternate gewesen. So als erstes, was hat die denn für Funktionen? Dazu blende ich euch mal das Frontpanel ein und zwar hat es eine Intensivreinigung für angebrannte Töpfe oder sowas, dann gibt es eine Autoreinigung und laut Beschreibung im Internet ist eine Sensorik im Wasser dabei, das heißt das Schmutzwasser wird einfach auf Dreck geprüft mit einer Lichtschranke und je nachdem wie dreckig das ist, wird die Temperatur und die Spülstärke einfach reguliert. Der Autogang ist für haushaltsübliche Verschmutzungen laut Siemens. Der interessante Gang ist aber allerdings der Eco-Gang, der hat das Energie-Label, das heißt wenn ihr also die Waschmaschinen vergleicht und ihr habt jetzt wie bei der zum Beispiel eine Energiesparklasse A++, ist immer dafür ausschlaggebend der Eco-Gang. Das heißt, sobald ihr euch von diesem normalen Eco-Gang entfernt, kann die völlig andere Verbrauchswerte haben und ist dann auch nicht mehr vergleichbar mit anderen Maschinen. Deshalb ist das auch mein Lieblingsgang, aber dazu dann später mehr. Es gibt noch extra einen Glasgang, der heizt das Wasser nicht so hoch und eignet sich dann entsprechend für empfindliches Geschirr. Es gibt auch einen Schnellgang mit 65 Grad, der dauert nur eine Stunde. Auch hier haushaltsübliches Geschirr, sagt Siemens. Der letzte Knopf ist dann fürs kalte Abspülen gedacht, das ist also kein kompletter Reinigungsgang. Jetzt kann ich diese normalen Gänge nochmal kombinieren mit Zusatzfunktionen wie zum Beispiel VarioSpeed, da wird dann mehr Wasser und mehr Energie verbraucht, um halt den Zeitfaktor auszugleichen. Dann gibt es nochmal die Intensivzone, das heißt unten wird mehr gereinigt, oben wird weniger gereinigt. Dann gibt es noch den extra trockenen Gang. Auch hier wird wieder mehr Zeit und Energie investiert. In diesem Zusammenhang ist auch nochmal der Sienerische Kreis interessant. Der hat vier Faktoren, die zum Reinigungsergebnis beitragen. Zum einen die Chemie, Mechanik, Temperatur und Zeit. Das sind die vier Faktoren. Das sind halt auch die Möglichkeiten, die so ein Waschmaschinenhersteller hat, an der Reinigungsleistung was zu ändern oder halt auch am Energieverbrauch was zu ändern. Das Teuerste beim Energieverbrauch ist das Aufheizen des Wassers, also der Faktor Temperatur. Den kann ich wiederum kompensieren, wenn ich einfach zum Beispiel mit Zeit den Gang länger laufen lasse. Das sieht man zum Beispiel beim Eco-Gang. Der läuft halt drei Stunden und 30 Minuten in seiner normalen Fassung, also dreieinhalb Stunden und ist damit der längste Gang. Damit kann man die Temperatur etwas absenken, nämlich auf 50 Grad, um immer noch das gleiche Reinigungsergebnis wie in anderen Gängen zu bekommen, die schneller sind. Ich muss aber auch zugeben, dass der Eco-Gang zum Beispiel ein bisschen patzt beim Trocknen am Ende. Das kann man aber wieder ausgleichen, indem man extra Trocknen anschaltet. Das dauert dann fünf Minuten länger, der Gang, der dauert dann drei Stunden und 35 Minuten. Es wird hier auch mehr Zeit und mehr Energie wieder verbraucht. Kommen wir aber jetzt zum wichtigen Punkt, wie ist denn die Reinigungsleistung? Die konnte mich jetzt bisher überzeugen. Die habe ich jetzt über einen Monat, nein zwei Monate, habe ich die jetzt in Betrieb. Und selbst bei einer chaotischen Beladung, wie die bei mir eigentlich immer aussieht, also ich schmeiße einfach alles jedes Mal anders rein. Also ich habe da jetzt keine Philosophie, wie ich die einräume. Trotzdem schafft er es eigentlich fast immer, die sauber zu kriegen. Es gibt natürlich auch ein paar hartnäckige Verschmutzungen, wo man nochmal nachwischen muss. Das kommt aber äußerst selten vor. Was auch schön ist, ich habe keine Kalkreste auf Gläsern. Das hatte ich bei meiner alten Miele zum Beispiel schon wieder mal. Das lag entweder daran, dass man die nicht schön einräumen konnte und das Wasser nicht schön abgelaufen ist, oder weil die vielleicht auch nicht in der Lage war, mit dem Salz richtig zu dosieren. Richtig eingestellt war sie auf jeden Fall. Auch im Vergleich zu meiner Miele, die hatte Probleme, feinkörniges Salz aufzulösen. Das hat jetzt die nicht mehr. Da habe ich also noch keine Rückstände auf meinen Gläsern gehabt. Ich hatte früher bei der Miele immer wieder mal so Anhaftungen von diesen Salzkristallen auf den Gläsern. Das habe ich bei der noch nicht beobachtet. So, am Schluss möchte ich nochmal ein paar Pro und Contra Punkte abwiegen. Und zwar könnt ihr hier im Video sehen, dass sich der Korb nicht bis zum Ende herausziehen lässt. Das stoppt hier vorher. Ich vermute mal, das haben die Ingenieure sich deshalb ausgedacht, dass man mit dem Korb nicht über den Einfüllstutzen für das Pulver fährt und den vielleicht noch verdreckt. Ist aber ein bisschen nachteilig einfach beim Einräumen. Das wäre schöner, wenn man den komplett herausziehen könnte. Was mir auch nicht gefallen hat, ist oben der Verschlussmechanismus. Der macht keinen wertigen Eindruck. Also man hat hier keine Mechanik, in der man zum Beispiel wie beim Kofferraumdeck oder beim Auto irgendwie was einrasten lassen muss, damit der rausgeht. Man drückt den einfach dran und zieht den wieder raus. Das hatte ich auch bei meiner Miele vorher. Das hat einfach einen wertigeren Eindruck gemacht. Aber das ist nur ein Eindruck. Es kann jetzt natürlich sein, dass dieses Ding von Siemens total toll getestet ist und ewig hält. Das möchte ich mich nicht festlegen. Es wirkt einfach nicht so wertig. Die Plastikknöpfe, die wirken auch ein bisschen billig. Auch die können lange halten. Dazu kann ich keine Aussage machen. Aber wirken auch beim Drücken ein bisschen fummelig. Das war es eigentlich jetzt auch schon mit den Kontrapunkten. Was hat mir gut gefallen? Die Reinigungsleistung finde ich sehr gut. Also auch im Vergleich zu meinen 19 Jahre alten Mielen ist das doch eine deutliche Verbesserung gewesen. Und das auch bei einem gesenkten Energieverbrauch. Die Maschine braucht jetzt 0,92 oder 0,93 Kilowattstunden für so eine Reinigung. Und das ist relativ moderat. Also ist ja die Energiesparklasse A++. Der Wasserverbrauch ist bei 9,5 Liter. Also auch das ist sehr sparsam. Diese Flexibilität, was ich vorhin schon angesprochen habe, die jetzt nochmal mehr im Detail, das kann ich euch jetzt auch nochmal im Video zeigen. Es gibt an mehreren Stellen die Möglichkeit, an der was zu verstellen. Zum Beispiel kann ich die Körbe in der Höhe verstellen. Ich kann im unteren und im oberen Korb die Stachel umlegen. Und das führt dann wieder dazu, dass ich die stark beladen kann. Und mit einer hohen Beladung ist die auch deutlich effizienter, weil ich ja mit der gleichen Menge Wasser und mit dem gleichen Menge Strom einfach mehr reinigen kann. Also das ist auch nicht zu unterschätzen, wie viel kriege ich in so eine Maschine rein. Nicht unerwähnt lassen will ich die Leichtreinigung. Und zwar hat man ja unten dieses Auffangssieb. Das kennt ihr vielleicht von eurer Maschine. Das muss man ja gelegentlich mal reinigen. Und das ist wirklich sehr gut gelöst hier. Das lässt sich einfach rausnehmen und auseinanderziehen. Das ist nur so eingehakt. Und dann hat man zwei Teile in der Hand, die man einfach unter fließend Wasser halten kann und gut reinigen kann. Das habe ich auch schon mehrfach getan und ist um Welten besser als bei meiner alten Miele gewesen. Was jetzt auch noch so ein kleiner Nebenschauplatz ist, aber vielleicht doch wichtig sein kann, ist die Geräuschentwicklung. Und die unterscheidet sich in den verschiedenen Gängen. Und zwar im Eco-Gang ist die sehr leise und nicht nur leise, sondern auch so kontinuierlich. Also es ist einfach wie so ein leises Summen im Hintergrund, was man da die ganze Zeit hört. Keine großen Unterschiede zwischen den Geräuschen und das macht das Ganze erträglich. Der Autogang zum Beispiel ist deutlich ungleichmäßiger und stört einfach deshalb viel mehr. Deshalb ist auch der Eco-Gang mein Lieblingsgang. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens ist der schön leise. Zweitens ist der günstig. Also wenn ich mal gucke, was eine Kilowattstunde kostet. Kost ist ja eine knappe Kilowattstunde, was das Teil braucht für so einen Reinigungsgang im Eco-Gang. Und eine Kilowattstunde kostet ja in Deutschland mittlerweile schon so einen Durchschnitt 30 Cent. Also ich bin jetzt 2019, da war das so ungefähr der Durchschnitt. Das heißt, so eine Reinigung kostet mich allein schon an Strom knappe 30 Cent. Dazu kommt dann nochmal der Wasserverbrauch und die Chemie, die ich reingeben muss. Um diese Kosten gering zu erhalten, nehme ich halt auch den Eco-Gang. Denn Zeit habe ich als Faktor normalerweise relativ viel. Ob die jetzt zwei oder drei oder dreieinhalb Stunden braucht, ist in der Regel gar nicht so wichtig. Wenn ich die zum Beispiel über Nacht laufen lasse, kann mir das auch egal sein. Die kann man wie gesagt gut über Nacht laufen lassen, weil die relativ ruhig läuft. Manche sitzen auch dem Trugschluss auf, dass wenn ich einen schnellen Gang nehme, der ja schnell fertig ist und entsprechend weniger Energie verbraucht, da nochmal den Zurückgriff auf den sinistischen Kreis. Das gleichen die einfach mit einer höheren Temperatur aus, also über 50 Grad, wie dieser 65 Grad Schnellgang zum Beispiel. Und das Wasseraufheizen ist eben das Kostspieligste in diesem ganzen Waschprozess. Deshalb sollte man wirklich, wenn es möglich ist, einfach den Eco-Gang benutzen. Dann noch ein paar Worte zum Service wollte ich noch verlieren. Und zwar kam die Maschine geliefert mit einem kleinen Kratzer auf der Bedienblende, also mit zwei kleinen Kratzern. Und dann habe ich direkt Siemens kontaktiert. Mittlerweile hatte ich auch die Maschine schon online registriert bei denen. Und da kam relativ schnell und unkompliziert ein Techniker vorbei und hat diese Bedienblende vorne ausgetauscht. Und zwar vor Ort. Also das fand ich auch eigentlich so ganz nett. Jetzt noch eine Bitte an euch, falls ihr selbst die Maschine dann mal gekauft habt nach dem Video. Würde ich mich freuen über einen Kommentar in der Videobeschreibung, denn über die Maschine habe ich noch relativ wenig gefunden. Es gibt zwar so einen Test, der die auch recht gut bewertet hat, aber von Nutzerbewertung gibt es auf Amazon eine zum heutigen Standpunkt. Die sagt aber kaum was über die Maschine aus. Also das wäre echt cool, wenn ihr da mal kommentieren könntet, wie ihr mit der Maschine so zufrieden seid.